Und dann seinen Arm ausgefahren. Was ist eigentlich mit dem Offensivspiel von Budista Bautzen? Wenig zu sehen. Aber diese Szene, dieser Sonntagsschuss und dieses Prachttor von Kortica in der 42. Minute. Das ist einer, der schießt ja ganz selten aufs Tor. Der dribbelt lieber noch einmal und spielt dann ab. Und dann dieser Knaller zum 1-Zoll für die Gastgeber. 600 Zuschauer sind anwesend.